So, guten Morgen zusammen und erstmal an alle frohe Ostern. Wir gehen noch direkt rein in den Shop, aber erstmal muss ich natürlich alle neuen Abonnenten begrüßen. Erstmal Dank an alle, die wirklich aufs Abo gedrückt haben. Grüße gehen da an jeden Einzelnen raus. So, genug gequatscht, jetzt gehen wir rein. Was haben wir Neues drin? Erstmal von gestern natürlich Aktienquart, die es gestern nicht so mitbekommen haben. Der kam gestern quasi in Anführungszeichen als April-Scherz rein. Des Weiteren haben wir ein Paket für 2500 V-Bucks. Man kann 2500 V-Bucks auch sparen. Mit da drin sind halt die 5 Skins. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wenn man einen davon hat, reicht doch vollkommen aus. Also ohne Quatsch, lasst euch hier nicht locken. Sucht euch, wenn ihr den Skin haben wollt, quasi den richtigen aus. Also das Paket hier finde ich schon irgendwie ein bisschen frech. Weil die Skins sehen ja in Anführungszeichen wirklich gleich aus, außer halt ein neuer Mail-Stil. Also so sieht der Skin ganz normal aus. Dann habt ihr natürlich zwei verschiedene Stile. Einmal mit Mütze, einmal ohne Mütze. Dann haben wir des Weiteren dann die Stil-Variante, den Charakter, den, den, den. Dazu das passende Rücken-Accessoire. Dann noch Sprungfeder. Ja, ist okay. So, was haben wir noch Neues drin? Und dann haben wir natürlich Ding, 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 Ding. Ding, Ding, Ding. Irgendwie feiere ich die Musik. So, dann haben wir noch Gehüpfig gesprungen. Ist natürlich alles ein Jahr alt. Denkt dran, wenn ihr euch hier holen wollt, holt sie euch jetzt. Denn wir haben Ostern. Wenn Ostern wieder rum ist, ist alles wieder weg. Und dann könnt ihr wieder ein Jahr warten. So, dann Hopper ist wieder mit im Shop. Mit zwei verschiedenen Stilen. Ja gut, hier den Stil habe ich glaube ich damals schon gesagt. Nicht so toll. Ja, ist okay. Dann das Weiteren bunte Brechstange drin. Häschen Hüpf hatten wir schon. Dann haben wir Liebestöterin drin. Na gut, wenn das eine Liebestöterin ist, Lässt man sich doch gerne töten. Natürlich auch in zwei verschiedenen Stilen, aber nur das Rücken, was das war. So sieht es nice aus. Ja, das ist genau das. Oh, sieht so ein bisschen aus wie Power Ranger. Aber dafür sind die meisten von euch wahrscheinlich zu jung. Wer von euch kennt noch Power Rangers? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, dann haben wir noch Rote Verteidigerin. Die Lama-Glocke. Endlos-Rad. Sauberer Groove. Abfeiern. So, dann natürlich von gestern die ganzen Freaky Frühling-Geschichten noch drin. Dann Shake-Eyes noch drin. Dann von gestern noch der neue Skin Fanatica. Dann Showdown. Dann hier die zwei Skins. Das hatten wir ja gestern alle schon. Dann letzter Lacher-Paket. Immer noch drin, aber vergünstigt. Also für 20 Euro zur Zeit. Statt für 30 Euro. Ich schätze mal, das Paket ist auch nicht mehr lange jetzt drin. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt für alle nochmal zu Rettet die Welt. Was haben wir da heute drin? Ganz, ganz, ganz vieles. Nämlich, wir können 95 V-Bucks holen. Einmal Stufe 9. Heißt, auch die kleinen Rette die Welt-Spieler können da mal V-Bucks holen. Dann Stufe 52 und Stufe 70. Also insgesamt nochmal 95 V-Bucks. Das ist schon ordentlich. Also 95 V-Bucks in Rette die Welt. Passt. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Osterfest. Wer natürlich möchte, kann gerne meinen Creator-Code eintragen. Ganz einfach. Yt-Familyhack. Oh, der steht nicht mehr drin. Obwohl ich ihn eigentlich jeden Tag anklicke, aber er geht automatisch wieder komplett raus. So, Yt-Familyhack. Danke an alle. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon einen schönen Tag und haut rein.